Es regnet! Ich gehe lieber rein in ein Gebäude, da werde ich fliegt, süchtig nass! Hm, ich habe lange nichts mehr gegessen. Ich guck mal, ob es hier was zu essen gibt. Hm, vielleicht auch was Leckeres. Hm, wahrscheinlich ist da irgendwas zu essen drin in dem Raum. 12 bis 14 Uhr. Mist, zu spät. Wo gehen die da hin? Was ist denn das für ein großer Raum? Hm, hm, da sind irgendwelche großen Schüsseln und kleine Räume. Und eine große Schüssel. Was ist denn das für ein Raum? Ich guck mal weiter. Mal gucken, was es morgen in der Mensa gibt. Oh, Fischstäbchen! Hm, lecker! Da komme ich mit Sicherheit morgen wieder. Hm, ein Suppenautomat. Hat jemand für mich 70 Cent? Das ist das, das sieht so lecker aus. Hm, leider nein, ich geh weiter. Vielleicht gibt's so, um mir auf der Bank was zu essen. Ich guck mal nach. Der Spur ist mir aber gut gelungen. Hm, 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 nicht. Da auch nicht. Bleibst unten? Hm, hm. Bleibst da hinten? Nee. Was ist da wohl hinter dieser Tür? Oh, eine Treppe. Ich guck mal, was am anderen Ende ist. Was ist da wohl hinter dieser Tür? Oh, eine Treppe. Ich guck mal, was am anderen Ende ist. Ich guck mal, was am anderen Ende ist. Noch eine. Nein. Oh, eine Tür. Mal gucken, was da ist. 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 Nein, nicht da. Ne. Es ist auch Politik und es ist ein 1% Politik und es ist ein 1% E.V.